Oh, oh, nein! Kommt durch, der kommt durch! Der kommt durch! Jetzt nicht mehr. Jetzt muss ich hier drei sogar hintun. Das mache ich einfach mal. Zack. Ah. In der Frag-Eispur. So. Komm. Oh, Seerosenblatt. Alter, ist das so schwer? Oh. Ich glaube, die wollen mich nicht ganz verstehen, oder? Oh, nee. Nicht so ein Scheiß. Fuck der Fien, ey. Da habe ich mich verhört. Ah. Ah. Töte ihn. Ah, Geld. So, gleich auf die letzte Welle. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde. Genau. Wegen diesen Scheiß der Fien. Ah, der ist da reingeschwollen. So eine Scheiße. Ach, ich mache hier einfach mal das Tier. Scheiße. Der Tier hilft nichts. Oder doch? Nochmal. Ah. Das wäre jetzt unnötig. Wo kommt er jetzt? Oh, verweiden. Zack. Der ist tot. Ja. Ach, das war ja schon die letzte Welle, ne? Oh, nee. Die kommt jetzt erst. Ach, du Kacke. Schnell. Bring mir irgendwas super Pflanziges. Oder sowas. Jetzt geht's los. Let's get it. Files. Oh. Drei Delfine. Vier Delfine. Fünf Delfine. Nee, das kann ja wohl nicht sein, oder? Nee, zwei Delfine sind jetzt. Nein, die haben sich durchgepassen, glaube ich. Yep, sieht so aus. Ich habe es doch jetzt geschafft. Jetzt muss ich es geschafft haben. Ich tue hier so ein Matschke ein bisschen. Und. Boom, tot. Was? Noch nicht. Und nochmal. Und zack. Ach, da oben. Ach, komm. Zack. Und gewonnen. Minispiel abgeschlossen. 20.000 haben wir jetzt. 20.000. 21.000. 100. Geht langsam, aber sicher voran. Das nächste nennt sich... Ich sehe Sternchen. Ja. Wie? Jetzt agiere ich anscheinend nur mit Sternchen. Das ist ja geil. Oder auch nicht, hä? Ach, ich muss hier wahrscheinlich da alle einfüllen. Zu gewinnen. Machen wir dich, mein Freund. Ach, dich habe ich schon. Nehmen wir mal die Reihe hier. Ich habe also gewonnen, wenn ich diese Sternchen hier reingetan habe. Für alle markierten Stellen mit Sternfrüchten erhältst du ein Pokal und natürlich dein Preisgeld. Oh, wie kann ich da was anderes reintun, oder? Oder sind die Felder jetzt total... Keine Ahnung. Kann ich da jetzt nichts anderes reintun als Sterne, oder wie? Glaub ich sogar. Das wäre doof. Was? Oh, das ist ja unfair. Das ist ja behindert, ey. So, einer habe ich schon mal. Da oben kommt noch einer. Ich glaube, wir können es sogar alleine schaffen, oder? Natürlich nicht. War ja klar. Komm, wenn du das jetzt nicht schaffst, dann bist du ein Loser, Alter. Ganz, ganz ehrlich. Komm, schieß doch! Schießt ihr nicht? Ah, perfekt. Oh, so einer ist fies. Das ist jetzt wirklich gemein. Also sowas, nee. Das finde ich gemein, ja? Also auf jeden Fall sieht das ziemlich einfach aus. Umso schneller ich es natürlich schaffe, desto besser ist es natürlich. Weil mit jeder Welle kommen mehr Zombies und, ähm, vor allem mehr bessere Zombies auch. Na, da kommt verdächtig nach. Gut, der schafft es noch nicht mal durch. Wenn man keinen Eimer zu mir bekommt, ist alles gut. So, die habe ich schon mal abgesichert, die Reihe hier. So. So. Eine Ressiegerwelle von Zombies nähert sich. Die sind bestimmt alle friedlich. Natürlich werden sie wieder... ...angekündigt durch diese Gehirnflagge. So, jetzt kann es spannend werden. Ich könnte meine ersten Sterne verlieren. Oder auch nicht. Ich habe ja gesagt, ich könnte sie verlieren. So, ich muss nur noch zwei passieren, dann habe ich das Spiel erfolgreich abgeschlossen. Vielen Dank.